Musik So liebe Kinder, da sind wir wieder. Heute haben wir euch wieder ein neues Lied mitgebracht. Ich glaube ihr hattet eine Geschichte gehört, da ging es um Streit, die hat Dana vorgelesen in den Kindergärten. Und wir haben auch ein Lied, das handelt von zwei Streithähnen. Es sind zwei Tiere, einmal der Kuckuck und ich, der Esel. Und wir haben aber auch nur ein unbeteiligtes Tier dabei, das spielt heute der Nicola. Er wird wieder auf seinen Schlaginstrumenten spielen. Nicola, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe die Rasse dabei und ich habe wieder meine Trompete dabei. Ja und ich das Denorhorn oder das Mini Euphonium. Zwei Blechblasinstrumente, kennt ihr schon, einige Schlaginstrumente. Und wie gesagt, wir spielen euch der Kuckuck und der Esel. Viel Spaß! Eins, zwei, eins, zwei, drei. Kuckuck und der Esel Die hatten einen Streit, wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge. Zur schönen neuen Zeit, zur schönen neuen Zeit. Kuckuck und der Esel Der Kuckuck sprach, das kann ich und fing gleich an zu schreien. Ich kann besser, aber besser, ich kann besser, wie gleich der Esel ein, wie gleich der Esel ein. Kuckuck und der Esel Das kann so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide. Kuckuck und der Esel Ihr könnt euch die Instrumente vielleicht nochmal anhören, die Trompete, das Denorhorn oder die Rhythmusinstrumente, Rassel und Schellenkranz. Und es wäre toll, wenn ihr dazu mitsingen würdet. Der Kuckuck und der Esel. Bis bald! Tschüss! Kuckuck und der Esel Kuckuck und der Esel Kuckuck und der Esel